Willkommen zurück in der Disaster Area mit dem Aranel. Wir spielen Jenna's Sisters Twisted Dreams im Directors Cut und sind hier jetzt in Welt Nummer 1, Hänsel und Gretel. Level Nummero 5, Burg Eulenschnabel, los geht's! So, was haben wir denn hier? Okay, der stellt hier irgendwelche Gegner aus. Da scheinen wir schon mal nicht drauf zu können. Gut, dann gehen wir hier weiter. Oha. Schön abwarten. Da, dass ich mir lieber erstmal Zeit. Ah, was haben wir denn da? Jetzt geht's noch weiter nach oben, sieht man da an. Können wir da durchspringen? Ja, können wir. Oh, seht euch das an. Oh, super. Jede Menge Diamanten. Da können wir bestimmt nicht durch. Ne. So, was haben wir hier noch? Nichts weiter mehr. Okay. Und dann sind wir wieder hier. Und ein paar Diamanten reicher. So, jetzt geht es hier durch den Schlossgarten oder so. Hallo. Ah, ja. Ah, desto dünne die sind, desto schneller zerfallen die. Ach, geschafft. So, hallo. So, oben waren jetzt nichts mehr. Was haben wir, was ist denn? Ach so. Okay. Jetzt kommen also diese Blöcke dazu. Bin ich mal gespannt, wie die jetzt hier eingesetzt werden. Weiter, hier geht's nicht. Ah, hier können wir hoch. Ah, den, den nehmen wir noch gerne mit. Äh, halt, oben bleiben. Aha. Oh, nein. Hoch da. Nein! Komm zurück! Okay, ich kann was dazu nochmal machen. Häp. Na, gerade eben auch noch irgendwie anders gemacht. Hm, hm. Nein. Wann hast du gerade eben gemacht? Hilfe! Ich fühle mich nicht mehr zurecht. Ich komme nicht mehr klar. So. Und jetzt bitte. Bis ganz nach oben. Danke. Aha. So, hier. Oh, hallo. Autsch. Ja, mir nass ich so eine Dings. Danke. Äh! Weg da! Dann geht's da auch nach oben. Oh, da kommt ihr wieder. Und wir sind runtergefallen. Ah! Nichts da! Wir sterben nicht. So, gehen wir mal nach rechts weiter, wo es dann wahrscheinlich auch weitergeht. Äh. Okay. Komm her. Ach so, okay. Sollen wir dann so das Ganze machen? So, hier noch ein paar Diamanten abstauben. Aha. So, haben wir doch alles. Hm, diese Burg ist ja ganz schön weitläufig hier. So, das schnappen wir uns auch mal. Ich war gespannt, was wir hier noch so alles entdecken können. Ein Fragezeichen. Okay. Wir haben ein Fragezeichen eingesammelt. Das ist nicht super. Also, ein Fragezeichen aus Diamanten. Oh, ups. Hallo, Eule. Die hab ich nicht gesehen. So, jetzt aber. Weg da, Eule. Juhu. Oh, wieder zurück. Ich sag dir zurück. So. Jetzt geht es bestimmt hier unten weiter. Halt das Licht haben. Danke. War das alles? Ja, super. Oh, das haben wir doch gerne. Geh auf. Das geht nicht auf. Warum geht das nicht auf? Ich will da rein. Mach mal da jetzt ein Schlüssel für. Oder wir müssen einen Scheiter drücken. Oder. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir schon irgendwas übersehen. Man muss da eigentlich von der anderen Seite kommen. Oder so. Und wann geht das auf? Tja, ich hab keine Ahnung. Naja. Glaubst nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Ähm. Nein, bleib hier. Das ist wie. Achso. Ich glaube, ich weiß es. Kann auf den hier stehen. Ah. Muss schon zielen. Zielen. Und zielen. Daneben. Es kann nicht so einfach auf den zu landen. Ich mache es doch. Autsch. Nein, okay. Ich fand das andere doch irgendwie einfacher. So. Na. So. Nein. Okay. Das kann noch dauern. Bump. 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 Daneben. Höp. Höp. Darauf landen. So. Achso. Da ist eine Plattform. Ah. Achso. Boing. Wurf. Zack. So. Nach oben sagst du. Okay. Wir gehen nach rechts. Das ist immer so. Immer wenn euch irgendwelche Richtungsweisen. Richtungen angegeben werden. Geht einfach in die andere Richtung. Da ist meistens irgendwas versteckt oder so. Und ihr könnt da nicht weiter. Das kann auch sein. Oh. Das ist ja cool aus. Ah. Okay. Dann eben oben rum. Hallo. So. Geh mal aus dem Weg da. Kiste. Danke. So. Was haben wir hier noch? Ganz schön großes Schloss. Muss man ja mal sagen. Hier. Ach. Die kann man auch so wegschieben. Aha. Das geht so nochmal deutlich schneller. Gut zu wissen. Hi. Achso. So geht's natürlich auch. So. Was haben wir hier noch? Eine Eule. Ein Gegner. Da kommt man doch bestimmt auch noch hoch. Da müssen wir sogar hoch. Hm. Wie machen wir das? Aha. Äh. 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 Das ist ein Weg. Geht's denn hier sonst irgendwo weiter? Ne. Wir müssen tatsächlich da hoch. So wie es aussieht. Wie komme ich denn da hoch? Mann. Auch nicht. Ich darf ich da hoch? Hallo. Äh. Hilfe. So geht's. Ich unterschätze jedes Mal die Sprungkraft unserer Dame hier. Äh. Autsch. Da sind wir irgendwie weitergekommen. Aber wenn ich so wissen, wie das hier gedacht ist. So ungefähr. Weg da. Hab. Boah. Das reicht aber auch gerade so, ne? Boah. 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 So. Boah. noch so eine plattform aha sieht man ja dann auf war ja das war ganz komischer winkel wir schaffen einfach so hoch zu springen fast könnte aber gehen probieren wir es mal weiter geschafft hallo nichts da weil das gefällt mir nicht ganz vergessen kumpel da müssen wir jetzt drüber so geschafft oh ja also das kann doch hier richtig schwer werden später hallo den dass man sich auch nicht am leben moment war es da war da links noch was ja da ist doch noch was was haben wir denn hier noch außer diamanten es geht ziemlich weit nach links sehr weit ein bisschen beschleunigen hier und da ist noch ein neues bild für die galerie super jetzt geht es hier mit ein paar dashes wieder zurück so und jetzt geht es wieder nach rechts was soll denn hier ein paar eulen und das war's dann auch schon level beendet nummero fünf acht tote diesmal und dann schon noch einen bonus stern hat doch ganz schön gebraucht hier muss erstmal den weg finden aber wir haben es geschafft jetzt geht es in die amethyst mine bestimmt die stacheligen steinchen mit gemeint okay los geht's hier haben wir schon mal wasser und ein paar diamanten am ende oh hallo hat ja sagen können gut dann halt nicht oh ups da habe ich mich auch gepasst nochmal wird auf wieder dran glauben jungs freut euch dann geht es rein in die mine so da sind wir auch schon da ist nichts okay was soll das jetzt hier ist oder noch so eine plattform oder na das kann ein halter werden hier boom boom wo geht es denn hier lang okay hallo hey jetzt komm her boom oh in die eule springen war vielleicht nicht die beste idee so die sind aber bitte richtig hier boom so machen wir es mal so die nehmen wir noch mit aber das ist doch nicht so gut zu gierig arenel zu gierig hallo so jetzt bitte mit ein bisschen mehr konzentration arenel schon besser so tür auf rum was ist das das gefällt mir nicht das gefällt mir überhaupt nicht so die nehmen wir noch mit und der nächste checkpoint super ah und da haben wir noch irgendwas übersehen oder so halt die will ich haben nein auf dem ist jetzt mal verzichten so dann hätte ich schneller wechseln müssen hallo boom das ist ja auch nur so gedacht so die nehmen wir natürlich auch noch mit boom wow okay oh ups so jetzt passt ein bisschen auf ja boin wie kann man denn da runter wahrscheinlich gar nicht so jetzt ruhig und bedächtig vielleicht darüber wäre egal gewesen ah jetzt kann man hier hoch und sich dann da die diamanten krallen so wie es aussieht yep wieder ruhig und bedächtig oder einfach fallen lassen der ist bestimmt nicht umsonst ah jede menge diamanten bleibt hier diamanten danke ich krieg sie 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 so und jetzt wird es hier geht die nimm uns auch noch boom ähm ich glaub da kommen wir nicht rein das ist ja wahrscheinlich so außenrum ne ja das sieht so aus ist echt der hammer was die hier alles so in diesen teilweise doch recht kleinen level versteckt haben okay ihr müsst jetzt erstmal auf das wasser warten das wechselt schon mal da oben war ja noch so irgendwie so eine tür oder so wo man nur mit der anderen reinkommt genau diese da los nach ouch auch das noch okay wenn wir alles andersrum wir schwimmen da hin und wechseln dann eher als wenn wir praktisch schon auf der plattform sind das sollte einfacher sein das wasser nellicht so lachen wir so hu 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 oder geht das hier weit nach oben hu hu mit der seldacht da waren ich will sowas auch können oha sind wir hier hallo Cool, haben wir wieder so eins. Und hier geht's wieder nach unten. Das ist doch alles so. Ha! Das sieht nicht so cooler aus, geht auch viel schneller. Wuh! So, wo sind wir denn hier jetzt? Haha, okay. Ach, wir sind wieder hier. Cool. So, jetzt geht es nach. Rechts weiter. Aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja. Kaputt. So wird es ein bisschen beeilen. So, jetzt aber direkt da hin. Wo, da kommt Schlosswasser runter? Ach, schon wieder vergingen ist da geschwungen. Ich glaube, wir können es auch von der anderen Seite. Probieren wir es einfach mal. Hoch da. Hallo. Äh, hier können wir mal gerade stehen bleiben. Ich muss mal switchen. Juhu. Na, Wasser, wo bleibst du? So, jetzt schnappen wir uns erst mal die hier. Dann die blauen hier. Dann vorbei. Ah! Gut, das hätten wir. Ah, da kommt was. Da kommt Totenköpfe runtergefallen. Was ist denn das? Das geht doch nicht. So, den schnappen wir uns. Den entledigen wir uns auch mal. Halb. Oh, das war... Boah. Das war aber jetzt hier allerletzte Sekunde. Na, da kann man, glaube ich, wieder nach oben. Lass mich schon Ruhe, Eule. Hier haben wir wieder so einen Bonus-Dings. Nix da. Ich könnte mich auch mal mitwisten. So, was machen wir jetzt hier? Was? Oh, weia. Ah, ja, okay. Da geht's gar nicht lang. Wir müssen hier auf die Seite. Hap. Oh, mies. So. Oh, ein Switch. Und hier können wir jetzt durch. Was das jetzt genau bringt, weiß ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall, diese Diamanten hier. Gutes was haben. So, die hätte ich gerne auch. Da wäre auch noch was gewesen. Seht mal an. Aber ich glaube, die können wir uns jetzt eh nicht mehr holen. Da sind erstmal nur diese Amethysten. Das sind ja über alle noch Amethysten. Oh, naja, wir das schaffen. Da können wir gar nicht schreiben. Hm. Dann nicht. Hap. Hap. Oh, weia. Was ist denn da hoch, irgendwie? Hap. So. So, jetzt haben wir es fast. Jetzt kommt auch noch so ein Gegner. Und ich mach der nichts. Das ist mir schon ja in Ruhe. Danke. Oh, das war schon wieder. Das war schon wieder knapp. So, erstmal auf den Dings da warten. So. Oh, weia. Oh. Lauf. Lauf. Nein. Da war der Amethyst schneller. So, jetzt aber. Ah, diese Dimensionsspielereien. Ich mag sowas eigentlich. Oh. Bitte nicht angreifen. Hätten sie drunter schreiben sollen. Aber wie komme ich da jetzt sonst durch? Was ist das für ein Ding? Häh. Bestimmt, nicht so genau. Achso. Ah. Das ist sehr interessant. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Step. Und weg ist das Ding. Und hier bitte nochmal. Step. Oh. Und Step. Ja. Oder gibt es Euler am Spieß. So. Jetzt haben wir das geschafft. Aha. Was haben wir denn hier noch? Oh. Das Ding schon wieder. So. Hoch damit. Uh. So. Die zwei weg. Ah. Ich wusste, da geht es mal hoch. Mal weiss. Wenn man switcht, dann kommen die Gegner wieder. Aber diesmal nicht. Dann haben wir wohl oder übel Pech gehabt. Da kommen wir auch nicht mehr hoch. Puh. Vielleicht kommen wir von der Seite noch hoch. Jep. Danke. Und hier haben wir noch ein Diamant. Super. Also so ein Riesendiamant. Uh. Überhaupt nicht tief. Und ein Bonus-Treffer. Jetzt geht es hier in das Maul der Bestie. Hier. Wir müssen sehen, was wir denn noch so haben. Hier geht es runter. Oha. Hier hin. Aua. Gut, dass wir noch den Bonus-Treffer haben. Puh. Puh. Nein. Und hier drauf, bitte. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. So. Das hat man geschafft. Oh. Ups. Das war ja Teil 1. Äh. Aber warte. Es kommt noch schlimmer. Aua. Miesen, miesen. Sonnen. Okay. Ich glaube, ich versuch's lieber mit der anderen. Ruhe. Könnte ich den hier machen? So ein richtig krass. Das ist total mies. Wir bewegen sich total seltsam. Ah. Gibt es dich hin? Nein. Nein. Wir sind auch irgendwie jedes Mal anders. Oder die Zeit jedes Mal anders ist. Nein. Jetzt lass mich doch mal anruhen. Blöde Dinger. Naja. Oh, oh. Verdammt nochmal. Ich bring's einfach so runter. Könnt mich alle mal. Hier rechts bin ich sicher. So. Oh. Oder auch nicht. Aber es war doch irgendwie besser. So. Warten. Warten. Jetzt. Jetzt chillen wir einfach hier so lange, bis die Plattform kommt. Hallo. Oh, oh Gott. Mann, oh. Ich pass nicht auf. Oh, feier. So. Jetzt. So. Hier warten wir jetzt. Sind wir jetzt sicher? Nein. Nein. Mann. Da kommt noch mehr von denen. Ernsthaft. Okay. Hier oben ist es am einfachsten. Fump. Ah. 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 Sind die schnell. Ah. Ich will zu Fuß weiter. Vielleicht will ich doch nicht zu Fuß weiter. So. Ach so. Ach so. Du hast so ein Dings. Ach so. Dann musst du schnell gehen. Dann kann man da noch hoch weiter. Okay. Fuck. Geschafft. Gibt es da noch? Nein. Okay. Oh. Mann. Ein einziger Stern. Das war jetzt aber auch haarig. Das wird noch dauern. Ja. Ich hoffe. Äh. Euch hat es gefallen. Und in der nächsten Episode geht es dann wohl in den ersten Boss Level gegen Hänsel und Grete. Ich hoffe ihr seid dann wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal bei Gianna Sisters Twisted Dreams. Und bis zum nächsten Mal bei Gianna Sisters. Bis zum nächsten Mal bei Gianna Bellino Bis zum nächsten Mal bei Gianna Bellino уж aufMR Entklajung. Vielen Dank.